Hier den Bahnhof hin und dann hoffen, dass die da noch irgendwelche Gebäude hinbauen. Oder vielleicht 1 weiter nach oben, ich glaube 1 weiter nach oben, das wäre glaube ich sinnvoller. Achso, Moment, da muss ich glaube ich hier das Gebäude ... Ach, da muss auch die Straße dort ... Ja gut, das ist ja schnell gemacht hier oben. Na, ob die mich jetzt noch den Bahnhof dort lassen ... bauen lassen ... Jetzt komme ich natürlich wieder auf diesen blöden Sendeturm hier drauf zu und wisst ihr was, ich bin einfach mal so frei. So, so. Dinge, die in diesem Spiel ganz klar nerven, Sendetürme. Sollte ich vielleicht erstmal den Bahnhof bauen, bevor ich jetzt hier noch mehr planiere? Vielleicht schon, ne? Vielleicht ist es schon zu spät sogar. Ne, doch, Glück gehabt. Kobayashi Ost, der Name geht auch. Guck mal, wenn ich das unterirdisch baue. Ja, das lohnt eigentlich nicht wirklich. Na gut, wir bauen jetzt erstmal die Strecke fertig, dass die dann hier immer aus den Pötten kommen. Ne, dann mache ich auch mal eine Planierung hier. Warum ist eigentlich hier das noch so verdingst? Na gut, das ist jetzt glaube ich eh egal, wenn die Städte sich jetzt eh nicht mehr von selber ausbreiten dürfen. Hier ist das glaube ich auch Wurst. Trotz massiver Baumaßnahmen hier Gewinn steigt, also bleibt zumindest konstant, wenn man das so nennen möchte. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken, das ist jetzt Höhe 4. Sollte ich nicht besser vor dem Diagonalen da irgendwie runterkommen? Das ist hier so ein Schutzdamm, weil das ist eine Güterstrecke hier. Das ist so eine Anforderung von der Gemeinde Matsushima. Der Bau wurde nur genehmigt, wenn hier so ein Schutzwall ist, der die magnetische Bahn von der Güterstrecke so ein bisschen trennt. Da haben einige auch mit den Augen gerollt, als das Vorschrift wurde. Aber was tut man nicht alles, um... Ja, ihr wisst schon, wie das manchmal so ist. Wenn Leute was zu melden haben, die keine Ahnung von der Materie haben, dann kommt dann auch so was raus, wie hier so ein Schutzdampflicht. Doch. Theoretisch würde das passen, wenn die Höhe stimmt. Ich glaube, da muss ich aber im Vorfeld noch einen runter, weil das ist Höhe 1 und das ist Höhe 2. Genau, und das passt nicht. Und da es ja leider keine Diagonalen Slopes gibt's. Oder... Oh, es ist ja der Damm weg. Oh, das darf keiner... Keiner sehen hier. Dass hier ein Schutzdarm abgerissen wurde. Eieiei. So, das paniere ich gleich bis dort runter. So... So natürlich nicht. Zack. Ja, gut. Dann hätten wir jetzt Kobayashi. Da kann da jetzt schon mal der Zug, der auch hier hinfährt, hinfahren. Kawasaki Nord, äh, das muss nach Kawasaki Nord kommen. Ja, so ein... Ne, stopp. Also er fährt nach Shimagami Tal, fährt nach Kawasaki Nord, fährt nach Korabayashi irgendwas Nord und fährt dann wieder hier hin und dann zurück nach Shimagami. So einfach. Ach so, die Coverage ist das hier. Ich glaube, da müssen wir vorher ein bisschen hier planieren. Hier kommt schon mal eine Straße hin. Aber ohne solche komischen Huckeln. So, und dann... Können wir eigentlich auch eine Straße so hier bauen. Da reisen wir das auch nochmal weg, dass wir das hier gescheit planieren können. Und hier hinten, hier ist eine nervige Sackgasse, die dann nichts zu suchen hat. Geht's dann so, und dann gut hier natürlich gelaufen die Gefahr, dass die direkt neben die Güterstrecke was bauen. Hier eine Brücke drüber. So, na gut, dann würde das hier theoretisch leer bleiben. Das kann man dann so machen. Und dann könnte man eigentlich auch... Zum Beispiel so eine Querverbindung bauen. Genau, dann können die jetzt hier... Ist der Zug jetzt schon mal angekommen? Ne, sonst wäre das, glaube ich, gut besetzt die Station. Hier, ich schwöre, so eine blöde Sackgasse. Mach das weg dort. Und dann kommt natürlich noch ein Bahnhof hin. Äh, ein Dings. Eine Bushaltestelle. Und die wird hier diese ganzen... Ah, gut, das machen, glaube ich. Ja, das ist ein Zubringer irgendwie. Der hier... Dann die ganzen anliegenden Städte. Zu dem Ding fährt so... Hafen... Zentrum... Na gut, Waldrand nehmen wir nochmal mit. Ich denke mal, da sind bestimmt genug. Ja, genau. Da sind genug... Wir machen jetzt für jede Stadt hier einen eigenen... Bus, der hier immer alles abklappert. Nee, Hafen brauche ich ja nicht. Dann noch für Kino. Der wird aber direkt dort hin. Oder hält der nochmal in den Waldrand? Ja komm, der kann nochmal in den Waldrand halten. Leute, die das verpennt haben, können dann dort auch nochmal umsteigen. Passagiere, Passagiere, Passagiere. Und dann... Wir machen auch hier für Fukushima. Und Himesaki. Aber ich glaube, da mache ich gleich einen... Einen Bus. Haben die irgendwo ein Depot stehen vielleicht? Hier oben. Hat Fukushima keinen Hafen? Dort unten. Tja, hier fährt denn der Bus da jetzt. Und das Depot ist hier. Dann fährt der einfach dort raus. Furushima höher. West. Ich glaube, in West war eh nicht so viel los. Dann nehmen wir den dort raus. Gut. Dann fährt der über Himesaki. Himesaki höher. Und dann dorthin. Das ist für die, die hier oben wohnen. Und dann gibt es noch einen für die, die hier unten wohnen. Der steigt hier in Fukushima Nord. Fährt hier hin. Hält hier unten. Fährt hier so am tierischsten Umweg über das Zentrum. Ja gut, der kann auch nochmal am Bahnhof anhalten. Und fährt dann dorthin. So, wo ist jetzt gefahren? Himesaki. Himesaki Zentrum. Hier. Furushima. Dann Furushima Nord. Genau so. Dann ist das hier auch genug angebunden. Dann soll ja keiner behaupten, dass wir ja nichts dafür tun, dass...